Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK hier auf Jodor. Schön, dass du wieder da bist und eingeschalten hast. Yo, wir brauchen ja, um Kippel herzustellen, seltene Blumen. Jetzt bin ich hier gerade rübergegangen an den Gacha-Feeder. Ich glaube, das war unten oder war das hier oben? Das war ein Stockwerk höher. Jo, 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 jo. Ah, guck mal an. Äh, tu mal die grüne Farbe weg, das ist immer so schrecklich. Und ich habe hier gerade reingeguckt und der hat mir hier eine klapprige Metallsichel gegeben. Gell, gell? Ja, und den Bogen. Mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Willst du denn essen? Du bist ja die weiße Perle. Die weiße Perle frisst alles. Oha. Mal gucken, was danach rauskommt. Ich fress nicht alles auf, gell? Ich muss erst euch wieder diese komischen Dinge geben. Ja. Wo ist mein Volke? Ich muss heute die seltenen Blumen holen. Alle ab. Und weg mit dir. Und heute kriegt kein... Kein Viechle irgendwie was auf die Gosche. Äh, ich muss dich auf jeden Fall auf Folgen stellen. Perfekt. Und ich hätte gesagt, wir fliegen heute mit dem Argentavis so ein bisschen rum, oder? Gehen wir mit dem Beifahren wieder. Äh, der Argentavis. Argentavis, kommst du mit? Ich habe auf jeden Fall ein paar Schuss dabei. Da kann der Agi ein bisschen nach Fleisch auch gucken. Jo. Da kommt auch mal an unserer Höhle wieder mal vorbei, oder? So ganz gemütlich. Ich habe mir extra die... Stelle rausgesucht, wo es seltene Blumen gibt. Wahrscheinlich gibt es die auch am Flussufer oder so. Weil die brauche ich ja. Oh. Das Rex-Ei, das ist noch drin. Hoffentlich hält sich das so lange. Ja. Gut, gut, gut. Und da müssen wir auch irgendwann mal gucken, dass wir ein Megatherium bekommen. Weil die Brutmutter, die ist ja am besten zu bekämpfen mit dem Megatherium. Oder ihr habt irgendwie noch eine Idee, wer diese Brutmutter am besten platt machen kann. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare. Oha, da ruckelt's und zuckelt's. Die Ausdauer sollte ich nicht außer Acht lassen. Na? 20er Pronto. Ja, und diese Trophäen, die brauchen wir auch ständig. Da müssen wir mal schauen. So ganz gemütlich. Wir haben Zeit ohne Ende. Bloß kein Stress hier. Vielleicht kriege ich ja auch schon aus den Dingen hier seltene Blumen raus. Alle, hopp. Hier, ich kriege hier nur einen Haufen Fasern. Das war dann nicht das, was ich wollte. Boah, dich wollten wir ja auch noch holen. Das sind lauter 20er, oder was? Tatsache. Na, Tatsache. Wahnsinn. Ah. Alte Heimat hier. Schick, schick. Bloß nicht auf E drücken, sonst bist du nämlich gleich Geschichte. Oha. Schreibt man das mal kurz hier ab. Weil irgendwo da drüben, da hat es einen großen See. Und an diesem großen See müssten seltene Blumen sein. Spauen wir mal. Junge, Junge, Junge. Ich bin ja ziemlich selten an dieser Ecke. Haben die denn ja Brexit-Blatt gemacht? Ein Pachy. Ein Pachy brauche ich jetzt eigentlich keinen. Hier sind die Sachen schon nachgewachsen. Cool. Gucken wir mal, ob wir hier in der alten Basis noch seltene Blumen haben. Vielleicht sind ja da welche im Kühlschrank. Hallo Kumpels. Was geht ab? Ach ja. Ne, da ist nix drin. Ah, das bisschen Öl da. Ist eigentlich schade, dass wir hier nichts mehr gemacht haben. Vielleicht machen wir aus den Sachen noch was. Wer weiß. Und hopp. Okay, Sprit ist noch drin hier. Ne, hier sind auch keine seltenen Blumen, ne? Und du existierst immer noch. Du bist echt unglaublich. Junge, Junge, Junge. Das ist schon eine schicke Höhle. Vor allen Dingen ist es recht sicher hier. So. Gucken wir mal kurz auf die Map. Weil da oben der kleine See. Da müsste ich jetzt einmal um den Red Hood. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier auch welche gibt. Ah, guck an. Das könnte ein Bionic sein, oder? Ja, und das ist ein 20er. Okay. Einen Otter gibt es hier jetzt nicht zufällig. Ne. Aber Fjordhox. Fjordhox gibt es ja noch hier. Eieieiei. Schick, schick, Miki. Gehen wir da mal hin, ey. Wird Zeit. Dass wir mal wieder ein bisschen vorankommen. Die ganzen Rathonen sind hier auch. Okay. Da drin ist jetzt keine Höhle, oder? Nö. Ah, Bionic. Was kann er eigentlich in Bionics? Außer im Wasser schwimmen. Ist der gut für solche Tauchgänge? Kann man den mitnehmen? Zum Tauchen? Äh, ich muss mal gucken, ob ein Vogel auf Passiv ist. Okay. Okay, hier ist irgendwie ein Schweinchenalarm, oder? Gucken wir mal kurz. Okay. Du solltest das Ziel angreifen. Das hast du schon mal richtig gemacht. Wow. Ey, ein Karnosaurus. Karnosaurus, ey. Junge, Junge. Ich habe schon lange keinen Alpha mehr gesehen hier. Der hat halt 19.000 Leben. Na? Kollege. Der sollte aber für den Agi kein großes Thema darstellen. Ja, komm. Du bist ein 50er, gell? Alle, hoppa. Den machen wir mal kurz platt hier. Wir brauchen sowieso diese Steine. Ah, komm. Warte mal, ich muss mal kurz mich ausruhen hier. Meine ganze Maus hier spinnt gerade. Na, na, na. Der Kano, der gehört mir, Leute. Der gehört mir. Mal gucken, wie viele Steine wir bekommen. Ah, ja, 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 ja. Geht weg. Geht alle weg. So, Junge, Junge, Junge. Jetzt mal kurz einen Flitzer machen hier. Gut, das haben wir geschafft. Ich hoffe, es war nicht zu laut für euch. Oh. Ja, da sind auch hübsche Agentarwisse. Wie viel hast denn du gekriegt? Ah, okay. Die sind in meinem Inventar gelandet. Zwölf Stück. Cool. Oh, ne Kie... Ne klapprige Picke. Das ist doch nicht klapprig. Ähm, fortschrittliche Armbrust. Hm. Hm. Cool. Gefällt mir. Und der Agentarwisse hat nicht so viel Leben verloren. Dieses Sorderle. Gucken wir mal, dass es weitergeht. Ich habe ja noch ein Ziel. Und zwar sind es ja die seltenen Blumen. Oh, der ist aber schick. Ah, ich habe immer Bammel, wenn ich da am Redwood vorbeifliege. Ich bin kein Freund von einem Tüller. Oh, das ist hier... Das ist ja da drüben über dem Perk, ey. Guckt mal, ne. Schauen wir mal. Äh, die Map weg, bitte. Danke. Hm. Ja, ich gucke mich immer ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja die Chance, gleich einen Tüller plattzumachen, bei dem seine Krallen werden auch benötigt. Okay, da zuckelt es gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Okay. Wahnsinn, ey. Hammer mäßig. Ey. Hier ist doch auch echt geil zum Bauen, oder? So, auf dieser Plattform, so einen runden Turm nach oben. Das kommt schon gut. Äh, du bist ein 55er Rex. Ah, Rexe haben wir eigentlich jetzt genug. Megatelium werde ich wahrscheinlich nur im Red Hood finden, oder? Was glaubt ihr? Ah, ich glaub, hier könnten seltene Blumen sein. Gucken wir mal. Hebt da irgendwo ein Tüller im Baum? Hebt da irgendwo ein Tüller im Baum? Hebt da irgendwo ein Tüller im Baum ist gefährlicher als alles andere. Einen Hirsch brauchen wir eigentlich nicht. Ist da irgendetwas oben? Nö. Ah, so idyllisch, so ruhig. Wahnsinn. Hm. Okay. Ihr seid ganz liebe Tiere. Was ist das da unten? Ah, okay. Also auf Bionic sollten wir hier acht geben. Ich möchte aber nur seltene Blumen. Und die krieg ich heute auch. Wie werde ich hier bekommen? Ist egal wie. Ah, leh, hopp. Hm, da ist nix, da ist nix. Was ist hier hinten? Kombis. Kombis sind immer nett. Die sind immer hier nett. Das ist nur Seide. Warum hab ich hier keine seltenen Blumen? Gibt's die nur am Wasser? Ich hab doch... Ich hab doch danach geguckt, hey. Okay, hier wird Geschichte. Da kommt nix. Ähm. Ist da eine Höhle oder sowas? Hm. Ich bekomme da keine... Dinge raus. Vielleicht so. Okay. Da bekomme ich die Geschichte raus. Seltener Filz. Hm. Also ich weiß gar nicht, was los ist, aber ich hab echt viele Fasern. Die kannst du alle mal rüber tun. Dann ist mein Inventar auch mal ein bisschen ordentlicher. Zack, 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 zack. Naja, ich hab viel Seide gekriegt hier. Hm. Okay. Jetzt hab ich meine Fernbedienung gar nicht mit, gell. Ist eigentlich schade. Ich hab keine seltene Blume bekommen. Der Kopf wird die gar nicht hier. Ah, das ist jetzt etwas komisch. Also ich war der Meinung, das ist das, ey. Ah ja. Das ist jetzt echt komisch. Echt komisch krass hier. Ah ja, die Rechse lernen auch schwimmen hier. Tja, die lernen gar nicht schwimmen. Ja ja. Agentaris. Lass mich mal kurz die Map rausnehmen. Das ist jetzt echt komisch, dass diese seltenen Blumen hier nicht waren. Hm. Bestimmt eine falsche Stelle oder sowas. Ja. Ja. Auf. Du bist doch eh gleich kaputt. Machen wir mal so und zack. Machen wir mal so und. Hoppala. Hm. Eine ganz komische Geschichte. Wo finde ich die? Wo finde ich die seltenen Blumen? Da war doch vorhin irgendwo eine Rune oder sowas. Die werde ich bestimmt wieder nicht finden. Der Rechse geht baden. Baden eine Rechse hier. Hm. Aufdrüge nach seltenen Blumen. Junge, Junge, Junge. Gibt es die dann vielleicht nur in Redwood? Gucken wir mal. Bam, 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 bam. Äh, ich bin echt nicht der Freund für den Redwood, ey. Dieser Tüller, der macht mich hundertprozentig fertig hier. Das hätten wir. Boah, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, wo ist er jetzt hin? Wo ist der jetzt hingerannt? Da ist er. Da ist einer. Da ist ein Tüller. Okay, alles klar. Sind die gar nicht mehr auf Bäume? Das ist ein bisschen komisch. Aber eine coole Farbe hat der. Hm. Wow. Schick, schick, schick. In goldene Farben hier. Was ist... Ja, Argentavis, geh mal mit deinem Kopf weg. Ein Gigantopithikus. Hm. Keine Ahnung, was man mit so einem Affen macht. Das mit dem Redwood, das ist schon eine geile Sache. Wahnsinn. Hm. So. Und vom K-Modus wieder raus. Kommt da auch keiner? Hallo. Ah, so. Die kann man überall machen. Aber du brauchst halt immer die Trophäen von den anderen. Wahnsinn. Wahnsinn. Kriege ich hier vielleicht die komischen Dinge raus? Also ich bekomme hier nur Fasern. Nur Fasern. Junge, Junge, Junge. Ja, so ein bisschen im Gucken hier. Das waren doch so blaue... Ich glaube so blaue Blumen. Nach denen müssen wir schauen. Vielleicht habe ich die einfach nur gesehen. Waren die auf der einen oder auf der anderen Seite? Ich bin schon auf der richtigen Spur hier. Das waren blaue... Blaue Blumen waren das doch. Hoffentlich knüpft mich hier gleich keiner auf hier. Ah, guck mal an. Hier sind doch welche. Hier haben wir ja welche. Haben wir sie doch noch gefunden. Geil. Tolle Geschichte. Hoppala. Das sollte schon weg. Cool. Auf der Suche nach seltenen Blumen. Das ist cool. Nehmt ihr mal die Rune. Ich weiß jetzt nicht, warum der mir das nicht angezeigt hat. Wir brauchen ein gutes Paket hier. Du bist ja... Du schützt mich ja, gell? Ja, die nehmen wir mal alle mit hier. Halt, halt, halt. Dickele. Macht Sitz. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 82. 82. Damals in Zukunft anders. Äh, was? Wie, wo, wie, was? Na, hauptsache, da kommt keine Katze von oben. Okay. Na, wir nehmen alles mit hier. Wir nehmen alles mit. Alle, hopp, zack, zack, zack. So. Cool. Die Dinger, die haben wir gefunden. Ja, es ist nicht viel. Aber jetzt weiß man wenigstens, wo diese Blumen sind. Hier mal vom K-Modus raus. Und vor allen Dingen... Äh, pass auf, dass der Rex da noch kommt. Pass da auf. Ähm, wo... Habe ich jetzt die... Da ist sie doch. Cool. Also da finden wir seltene Blumen. Ich mag den Redwood nicht. Ey, halt mal. Das sind ja auch noch welche. Alle, hopp. Alle mitnehmen, alle mitnehmen. Wo sind denn der Rest jetzt? Habe ich die jetzt schon alle abgebaut? So, bei dir halten sie ein bisschen länger als bei mir. Na, haben wir mal wieder welche. Ja, an dieser Stelle danke ich euch fürs Zusehen. Ich lasse hier oben die Koordinaten, falls ihr mal seltene Blumen braucht. Und dann wünsche ich euch einen schönen... Äh, einen schönen Sonntag. Und bis zur nächsten Folge. Wenn dir diese Folge gefallen, solltest du auf jeden Fall noch die nächste Folge anschauen. Wenn du Bock hast, kannst du dir auch noch die Playlist angucken. Andere Videos stehen auch parat. Ich wünsche dir bei viel Spaß. Und ciao.